hallo youtube und herzlich willkommen bei einer neuen folge von dem teamprojekt mit nieblieben so so den stungli den martin und sarah irgend so einen komischen thüringer hier und wir unglaublich das ist nicht worte zu fassen ich habe ja durchaus menschen getroffen in so einer in seiner ländlichen bergischen gegend immer sympathisch sind die schmack aber gott sei dank hab ich nicht getroffen das freudige fliege so unglaublich ich wurde zu fast thüringer dach mal nein das weiß ich auch nicht sowieso hätte ich getroffen das wohl wahr das stimmt genauso ist es stimmt nächste woche ist teamtreffen das sind die das sind die ganzen verrückten wieder beisammen die kleinen menschen sind auch dabei wir hatten es vorhin also auf wem man sich aus dem teamtreffen am meisten freund naja ist jetzt gespannt als ohne scheiß ich will tom endlich mal sehen der hat bis jetzt noch nie seine kemmer angeflossen stimmte ja auch ein akt ich glaube ich bin die einzigen team und aktuelles wurde von ihm mal gesehen aber sonst und wie ist er denn so moni beschreibt doch mal den tom es schaut aus wie ein stinknormaler mittelger in deutschland mit bart die frage ist aber mittlerweile diesen bart immer noch hat okay wie ist er denn so gebaut wie eine qualle und ein mensch aus der nach der qualik vielleicht erwähnen ich habe ungefähr bis schulterhöhe nur gesehen also 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 ich glaube wenn ich mit diesem bild von tom im supermarkt an die gemüsetheke gehe mir sämtliche laufsorten rausnehmen das bild einer kasse vorzeige kriegt 50 prozent rabatt glaube ich nicht mal die tom ist irgendwo mal ein bild hat einmal kaputt von früher ja ich denke die stadt tour wie du ungefähr ich wollte gerade sagen also ich denke da ist ein dürrersparte ligatyp naja ich denke schon ein bisschen bräuchten hat er schon gesagt schon mal hat er ihnen interessanten so sein wenn man ist man ist gespannt man ist gespannt aber stimmt da wollte er auch kommen dass das bleibt aber auch dabei oder er wird jetzt aber nicht sagen ja der folgen erst haben wir es ja nun mal kraft und da bist du schon gesagt kommt glaubst du auf wen ich mich am meisten freu also ich mache es ihnen als erstes von euch allen das wird wahrscheinlich so ein ding frisi und ich sitzen da schon im die schon mit dem bier in der hand wenn ja kommen meinst du also mein plan ist es tatsächlich früh los zu fahren ja okay der gut definierte früh naja irgendwie acht neun uhr los okay das ist früh das stimmt wie weit habt ihr sie hat drei stunden dreieinhalb ja gut das geht ja das ist ja nicht fünf stunden ist natürlich auch wieder heftig muss es mal gucken wie viel schule aber gut sarah kurz kurze war es sind die fünf stunden gerechnet wenn du fährst oder wenn jemand anders fährt was willst du jetzt damit sagen naja du bist eine kleine rennmaus ich habe nicht nach google maps aber ich kann es auch schnell also zweieinhalb ne bist du dann irgendwann auf der hau dabei trifft es dann siehst du dann nur noch so ein wirklich so ein silberpfeil an dir vorbei ach guck mal das wo sarah so in etwa stelle ich mir das dann vor die sehen mich auf der straße schieben hinten an und ich bin auf einmal mein kurser noch schneller dann ist es wirklich ein kurserati war die eigentlich alle nordlichter nordlichter sage ich schon alle berg lichter von da oben zusammen halt müssen wir noch nicht muss noch das muss noch regeln quasi die sache war die bis vor kurzem bin ich ja eigentlich offizieller anreise tag jetzt am samstag bei mir zum beispiel gewesen genau du wolltest ja nur samstag kommen genau ach gucke einer an ich hätte eigentlich diese woche urlaub los wir haben personal machen okay dann bin ich eiskalt ins büro gegangen aber es hat dann hätte ich bitte die woche drauf da kennen die muni nix nicht wenn du gut wenn es okay ist oder passt das doch passt das auch man müsste ich auch mal freie tage können vor allem na gut ich habe noch mal in der woche aber das sind dann die letzten urlaubstage vor dem großen chaos aber hoch du die von wegen urlaub gras sammeln zack zack ich räume hier gerade auf hofduli sie hat sich wirklich hofduli genannt nee sie ist unser hofduli die muni ich habe keinen eigenen ach so ich dachte ach so muni um dich gehst du sag das geht um sara grassammeln grassammeln oder was sara ist meine gleichteilige geschäftsführerin so wie viel hatte ich das gekostet wie schon müsste sie da rein investieren nix warte 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 es war warte lasst mich kurz gucken warte 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 islamentscheid wenn wir vom miguel unterbuttern lässt es halt wirklich schlimm mit marie jetzt aber vielleicht welcher hat sagt das wie viel dank dafür gibt es jetzt was dankeschön vielen dank und der wilde zocker hat grüß ab dem zwölften monat auch die op wieder dabei gibt es das herz und dankeschön vielen dank danke 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 so ist bestimmt kandidat weil er gerade die frage kam keine ahnung sitzen da ich schon geben ich denke er weniger oder ja kennt ist auf jeden fall mit am stoppt also kennen nämlich auf jeden fall mit und ich war ja mit ihm fahren schluss bloß mit ihm alles machen eigentlich die zeit fest und mal gucken vielleicht gibt es das sogar so ein paar insta ist doch nicht so nebenbei wenn die nun nicht da so auf tour sind so so ein so ein wie locker road to genau das ist im rückblick wirst du dünn schiss ich glaube ich nicht nur besser tobias mit 20 spitz tobi wie wenig dafür gibt es dazu schon hat zu kommen dankeschön wie wiener aber muss auch eine sprung schäfer gestritten hast du die ganzen ganzen gesichter zu sehen wie man so jetzt noch nicht gesehen hat das wird schon vor allem auf so gespannt es ist der zweite auf den ich mich freue dass ich mich macht mir halt noch eine höhere erwartungshaltung ist dann halt auch so ich bin dann halt wirklich darauf gespannt wie das so dann so ist na so man hat ja schon dann zu seiner marotten vom ts kennengelernt na und zwar halt auch spannend aber in real life genau so wissen aber beim so macht man da gar keine gedanken aber was ich auch interessant für fünf meter aus dem hauptteam aus dem hauptteam und team 16 wenn man ja ich war noch ein bisschen dabei kam bringt das ein frau noch da war es pascal auf jeden fall die fünf hauptteam sind ich marie laura und die liebe jenny halter mit jenny genau jenny basti sind ja auch mit dem stadt wir sehen uns sind nun bei alle fünf mädels auf ein haupt und dann gibt es noch so die ein oder andere unbekannte frau so stiflas mom zum beispiel kommt die karen oder so absolut bekannt genau heli kommt auch mit aber schön schön wird schön schön da fahrt ihr dann zu dritt oder so sprung die du sie stehen ansehen sehr gut sehr gut die große maschine geholt sehr sehr gut ich hab dich akustisch nicht verstanden ne alles gut wie läuft es denn bei euch auf dem o habt ihr gut zu tun kommt ihr gut voran bescheidst ihr auch nicht wie sollen wir denn bescheid naja du bist mit dem team das reicht schon schön ne alles bestens ich würde sagen das ist ein dream Trio deswegen bach spania hat im neunten monat und das mit prime schreibt dazu montag fast vorbei ja leider schon da aber dennoch viel bedankt dafür gibt es sehr schlussmerzen und dank schön viel bedankt danke 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 so wir sind jetzt langsam wir sind jetzt langsam fertig mit main sorry dass zwei folgen geworden sind aber wir müssen halt wirklich vorankommen und ziele fühlt sich nicht von allein deswegen deswegen müssen wir da ja durchziehen wir müssen vor allem hat man auch schnüpfen oder natürlich männer schnüpfen ist halt echt so eine krankheit nach da brauchst du halt eine gut situierte frau an der seite die das halt auch gefühlt und versteht na denn männer schnüpfen das ist wahnsinn das nicht wurde zu fassen was man da ist jetzt schlimmer wie jede geburt hat mir schon wieder geflüstert wird mir müde und sagen schon wird das so anfangen leider erkennt er ist schon gut drauf gepasst machen dass ich mir über die augen was im buch ist so bitte was da los was stimmt mit deinem weibsen nicht die sind so wie immer alles bestellt was plant ich bin ja ich wiege das sind wir dann auf deiner wiese das muss nicht falsch am stich auch so was zum main halten ja ne main bin ich gleich fertig ich brauche dann bloß noch sammeln und silo fahren also wir laufe drei und liebe das ist schon wieder irgendwas und jetzt sind die schliefenparade oder was ach so ja meine moderatoren genau wir müssten vielleicht mal bevor ihr blödsinn macht ne stellt mal bitte das spiel auf den ls 19 das war schön dank über eltenreich danke für die info mit rachen entzündungen im bett freue mich gerade über die gute unterhaltung das ist schön das freut mich wenn du wenn du bekannt bist und wir können da bitte was helfen na so es sei es mit guter laune es ist doch dann und echt vom worte das ist sowas publikum warte wo muss erst mal näher kommen also sieht er jetzt aus wie zucktrick und drack oder was was warte muss ich näher kommen ein kommentar dazu unglaublich unglaublich selbst nicht das können sie das können sie ja ja warum heißt du eigentlich nur punkt unglaublich ja das ist das ist das ist meine das ist mein beitrag zu einem setzteil punkt dahinter da kann sie nicht gehen das wahnsinn nicht sind worte zu fassen und sowieso ja über die schwebt ja nicht nur immer über die schweben ja zwei große riesengroße ich bin noch der hahn im korb das lassen sie nicht glauben ich müsste da mal was erklären wenn der mann denkt du bist jetzt war ganz still wenn der mann denkt er hat die hosen an spätestens dann hat er sich schon drei monate verloren und wenn der mann denkt er ist immer noch der hann im korb jetzt ist dann hat er schon seit einem halben jahr verloren und wie lange ist bei dir gar nicht ich habe immer die hohe sein verstehst du okay willst du mal wechseln ja das macht so so das ist ganz klar haben wir zum namen heute treffen die sache jetzt auch noch ich habe nicht angefangen aber weil du vorhin von deiner ach so tollen community gesprochen hat ja ich habe bei den mädels in videos ein trend gesetzt was ein trend gesetzt möchte jetzt auch gucken ob das bei dir geht möchte unter diesem video von allen zuschauern ein hashtag achtbar mich ein reinorgeln in die kommentaren mal gucken wie viele das machen bei sarah und moni unter den bergmädels videos kommt mittlerweile sogar ohne dass ich sage also quasi hashtag achtarmig ein reinorgeln ich habe es ja einmal erwähnt was so tief servus in der lohn mein jung ich habe es ja einmal erwähnt die sache hat in der letzten folge war nichts als gut so tiefen entspannt habe nichts gemacht ich mag das zu tief mit denkt dran alle unter Exit Videos Daumen nach unten zu gleich gar nicht da ich würde am Wochenende was denn ich war persönlich bei dir vorbei wo so weit weg um zu lassen und was willst du da machen den Daumen nach unten ins Gesicht mal ich glaube ich weniger ja Mädels mit sowas rechnen wenn ihr in den business seid müsst ihr mit sowas rechnen aber ich erinnere mich das war war das nicht eins von deinen ersten videos wurde mit ihnen und fließig macht ja deswegen das sind genauso genauso ist das halt auch bei euch also ok wir haben wir reichen ja gut pass auf mein lieben wir weiten das ganze aus nicht nur bei der sache es war unfair deswegen auf dem nächsten video auch bei der moni meine lieben ich schicke euch da gerne eine rüber und dann natürlich auch es ist interaktion es macht spaß für jedermann was dabei also ein däumchen nach unten und man lässt sich dabei nämlich nicht klumpen so und in diesem sinne vielen dank dass ihr mit dabei macht wenn sie sich gewalt hat ja hier natürlich sehr gerne welchen nach oben so in diesem sinne tschüss und ciao